Machen wir jetzt beide hier oder? Wie läuft das? Wir machen beide um da rüber zu kommen. Ah, aber einer musste drauf bleiben, damit der andere durch kann. Was für Rätsel hier heute? Mit einer müde Situation... ...hat hier nur gar nicht zu arbeiten. Doch, das müsste gehen. So geht's auf jeden Fall nicht. Nein, 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 nein. Andere Richtung. Verarsch nicht doch nicht. So, und jetzt, jetzt hier. Nice. Nicht funktioniert mal was. Tada, wir haben Flaschenöffnung. Um jetzt das hier zu öffnen, oder wie? Ach, das ist so ein Grundkochen. Fantastisch. Der Vogel hat ein Cheers gesagt. Können wir ihn mitnehmen als Andenken? Sehr schön. Und es hat wieder Dampf. Hurra. Was sind die richtigen Noten? Ich bin ein Schmerz. Vielleicht müssen wir die Schmerz. Vielleicht müssen wir die Schmerz. Wie ist das? Ich bin ein Schmerz. Tja, was könnte das blöden? Wir gehen ins Land hier, können wir. Oh, schon vorher. Okay, vielleicht finden wir irgendwo Notenplatz. So komme ich nicht weiter. Hier haben wir was Rutes. Vielleicht machen wir das jetzt hier gut. Okay, hier haben wir blau. Die erste, die zweite. Die erste, die dritte. Die dritte. Die dritte. Die dritte. Das die dritte, die dritte. Das war schon mit uns. Jetzt bauen wir noch für gröder und für rot. Die Lösung. Mir geht es wohl nicht so einfach. Ach, das ist nervig. Aufladen. So. So sieht es, dass eine Saison nicht genug ist. Spiel ein Encore, Dusty! Alter Schwede, diese Spinnen. Aua. Hey, ey, 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 ey. Ich habe doch im Distanz doch in den Punkten drin. Verarschen mich nicht viel. Wie das erste Fenster bringt. Wie das erste Fenster bringt. Geweicht jetzt. Als ob mich das trifft. Das ist so. Ja. 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 Die Frau Heilung. Check mal jetzt hier. Sehr gut. Natürlich reicht das für die nicht. Jetzt haben wir noch eine. Sehr schön. Das dreckiges fies Zeug geht nicht weg. Na toll. Na zum Glück können wir hin. Verschluss mit dabei. So das wären dann. Drei, vier. Drei, vier und sechs. 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 Und 6. Sehr schön. Das nächste Stück. Dann kommen wir jetzt an das Rote ran. Ja. Brot hätten wir noch mal. Aber das sehe ich keine Ahnung. Brot müssen wir auch hinbekommen. Wie tun wir denn da ran jetzt? Ja! Oh! Verdammt die Knöpfe! Hooray! Being Heavy actually helped us! Wieder! Was soll ich rätsel? Oh mein Gott! Hm. Es sieht aus, dass die Geist ein bisschen zu fühlt von Pressing-Buttten geworden ist. Verdammt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das kann man da nicht mehr nehmen. Ach so. Ist ja schön. So gehts. Und da haben wir die Lösung. Das ist die 2. 2, die 5 und der letzte. 2, die 500. 2, 5 und das letzte. 2, 5 und das letzte. 3, 5 und das letzte. 3, 5 und das letzte. Oh, das ist hier. So wie gut. 3, 5 und das letzte. 3, 5 und das letzte. 3, 5 und das letzte. 1, 2, 3 und das letzte. Aha. Geometrieplatz, na toll. Ich habe gehofft, wir wären hier schon. Ah, da liegen jetzt nur 2 Gebiete vor uns. Und dann werden wir das dritte Abteil aber heute nicht mehr schaffen. Ja, die Klocktower ist nur auf der Straße. Aber wir haben das Gebiet geschafft. Dann haben wir am Schluss. Ja. Dann müssen wir das. Ja. Wir müssen hier mal drehen. Dann haben wir noch ein paar Sachen. Ja. So wie kommen wir jetzt zu dem Haus. Wahrscheinlich da drüber auch. Warte, 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 warte. Erstmal das hier, sonst kommen wir nachher wieder rüber. Handgefährdicht, ja. Das ist ja nur, das dreht sich mit der Zeit runter. Natürlich. Wie sollen wir denn so schnell da rüberkommen? Ach du Scheiße, dann müssen wir das noch drehen. Ich strenge mich ja schon an, aber. Oder die weit weg. Ich gehe nicht warten, keine Zeit von ihr geworden. Zahnwalt. Und was machen wir jetzt mit dem Zahnrad? Ich glaube, das brauchen wir irgendwo für. Ach ja, hier brauchen wir drei. Ich muss mich aufhören. Du sagst es. Es ist verpasst. Da waren es noch zwei. Na toll. Und wir haben zwei weitere Zahnrader. Oh. Uh-oh. Uh-huh. Ja. Okay, was hat das jetzt gebaut? Das ist viel zu leicht. Dafür kommen wir gar nicht hin. Ach, du schaue es so. Und ein guter Wettbewerb. Komm mal, Bugs! Die scheiß Viecher werden immer mehr. Das ist das, was wir haben. Ich werde bekloppt. Die erste Runde geht ja noch. Das ist ja nicht mehr problematisch. Das ist ja nicht mehr so. Das ist ja nicht mehr. Das ist ja nicht mehr so. 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 Das ist ja nicht mehr so.